Seit Anfang des Jahres sind Luca Henni und Christina Luft verlobt. Vor den Traualtar getreten ist das Traumpaar bisher nicht. Ein neues Foto bringt nun jedoch die Gerüchteküche zum Brodeln. Ja, schrieb Christina Luft, 32, am 16. Januar 2022 in Großbuchstaben zu einer Aufnahme, die sie mit funkelndem Verlobungsring an der Hand eng umschlungen mit Luca Henni, 28, zeigte. Noch im Mai hatte das Paar während eines Auftritts im Letztens Finale verraten. Dass es bereits mitten in der Hochzeitsplanung stecke. Geht es nach ihren Fans, so könnten der Sänger und die Tänzerin sich jetzt bereits heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Luca Henni und Christina Luft sorgen mit Foto für Verwirrung. Ein Foto, das der gebürtige Schweizer jetzt auf Instagram teilt, heizt die Gerüchteküche an. Es zeigt Christina in einem hellen Paillettenkleid und Luca im kupferfarbenen Pullover und beigefarbenen Mantel darüber. Strahlend halten sich die beiden in den Armen. Bei dir ist zu Hause, schreibt der 28-Jährige zu der schönen Aufnahme. Schnell sammeln sich unter dem Beitrag zahlreiche Glückwünsche zur Vermählung. Könnte ein Hochzeitsschnappschuss sein, findet ein User. Eine Followerin ist sich bereits sicher, dass sich das Paar getraut hat. Herzlichen Glückwunsch ihr zwei hübschen, alles erdenklich Gute für euer Eheleben. Eine weitere Mutmast. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich tippe auf Standesamt. Das steckt hinter dem Pärchenbild. Hinter dem festlichen Foto steckt jedoch keineswegs eine heimliche Hochzeit im Standesamt. Stattdessen ist das Motiv beim Shooting für den gemeinsamen Kalender des Paares entstanden. Schon bald aber werden die beiden ihre Fans sicherlich auch mit Hochzeitsbildern erfreuen, immerhin haben sie bereits im Frühjahr mit den Vorbereitungen begonnen und sogar eine Hochzeitsplanerin dafür angeheuert. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis die beiden tatsächlich Ja sagen. Diese Fotos prüfen wird dann bei der Schatten. Ich tippe auf alle und SURPANTS, bis die beiden Dingen nicht mehr auf die Schwende des Paares entstanden. Außerdemprobieren Sie sich auch mit den Vorbereitungen an. Ich tippe auf alle Beritungen an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020